Hallo ihr Lieben, endlich ist es wieder soweit. Wir feiern die Stars und Sternchen-Party in der Kröpke-Passage in Hannover und wir haben ganz tolle Star-Gäste, unter anderem Luna und auch Sila und ich freue mich auf einen unvergesslichen Abend, denn wir haben ja ein Jubiläum. Es ist das 20. an der Zahl und deswegen wird so richtig gerockt. Liebe Carlotta, wie gefällt dir hier in Hannover die Stars und Sternchen-Party? Also ich finde es total super, es sieht total toll aus hier und die Lichter sind so schön und alles ist schön. Wie schaffst du das so erfolgreich zu sein in so jungen Jahren? Es macht mir einfach Spaß, das ist der Trick dabei. Wenn es einem Spaß macht, dann klappt das auch. Und du hast ja auch schon deine erste CD rausgebracht. Wie alt warst du da? Da war ich glaube ich zehn. Zehn Jahre alt und du hast auch noch einen Preis gewonnen. Welcher Preis war das? Das war als beste Sängerin habe ich den deutschen Rock und Pop Preis gewonnen, den 29. Und seit 29 Jahren war ich die Jüngste und ja, da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Die Stars und Sternchen ist natürlich cool, ist einer der besten Partys in Hannover. Wir sind echt gerne hier. Wir sind heute das zweite Mal hier. Und das freut uns, dass wir heute unsere Show machen. Und unsere erste Show mit LED heute bei Stars und Sternchen. Und war es anstrengend? Wie war es so vor Thomas Gottschalk, Dieter Bohlen und auch Michel Hunziger? Ja, es war richtig cool. Also wir haben eine richtig gute Bewertung bekommen von allen dreien und es hat uns echt sehr gefreut. . Liebe Silla, wie gefällt dir die Stars und Sternchen hier in Hannover? Also ich find's super, die Atmosphäre ist toll, die Menschen sind toll, alle haben Spaß, ich freu mich drauf. Und ich bin froh, hier dabei sein zu dürfen für einen guten Zweck. Und ich hoffe, dass eine Menge Spende zusammenkommt heute Abend. Liebe Luna, wie gefällt dir die Stars und Sternchen in Hannover? Also ich habe schon sehr viel davon gehört, ich hab mir auch die Bilder angeschaut von letztem Jahr, da hab ich schon gesehen, hier fiebert das. Die Leute erleben das richtig hundertprozentig und ich komm jetzt drei Meter hier rein und das fiebert tatsächlich, ich bin begeistert. Und es hat gerade erst angefangen. Du bist so erfolgreich, wie machst du das? Also es geht rauf und runter, es ist wie in Achterbahn. Ich hab nicht, ich sag mal, die Zeiten von Bailando und Ijo La Luna, die waren wahnsinnig. Da hat man echt so viel um die Ohren gehabt. Jetzt habe ich natürlich andere Zeiten auch erlebt. Vamos a la Playa war vorletztes Jahr ein sehr großer Hit, ich war sehr viel in Frankreich unterwegs. So, es ist sehr überraschend, jedes Mal kommen mir neue Sachen auf den Weg und einfach weitermachen. Ich meine, ich liebe das, was ich mache. Und auch alle Leute, die zugucken, ihr solltet mal dabei sein. Stars und Sternchen rocken! Vamos a la Playa, a mi me gusta wajlar, ein ritmo della nocce. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Vamos a la Playa, a mi me gusta wajlar, ein ritmo della nocce. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ich finde es immer gut, dass auch was für die Aktion Kinderherz getan wird. Und wir als Deutsche Bank engagieren uns da sehr gerne und aufgrund dessen unterstützen wir so eine Veranstaltung. Also ich muss sagen, wirklich eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns sehr und freuen uns natürlich, dass das an der Wohltätigen Zweck zugute kommt. Und wir unterstützen das sehr gerne mit. Und wir unterstützen das sehr gerne mit. Und wir unterstützen das sehr gerne mit.